Mein Name ist Dr. Bianca Römer und in dieser Fortbildung möchte ich Ihnen ein Konzept mitgeben, wie Ihnen die Betreuung schwangerer Patienten souverän gelingt. Jede Schwangere hört davon, dass sie einen Zahn verlieren kann während der Schwangerschaft und die meisten Schwangeren akzeptieren das stillschweigend. Doch wie viel ist dran an der Sache? Und muss es so sein? Viel Erfolg beim Umsetzen oder Andenken neuer Therapiekonzepte oder Prophylaxe-Maßnahmen für Ihre schwangeren Patientinnen.